Hi, in diesem Video geht es ums Thema Licht schon wieder. Anders als im letzten Tutorial allerdings nicht um die Arbeit einer großen, weichen Lichtquelle, weil wenn man eigentlich in der Videografie oder Fotografie von Licht spricht, ist normalerweise das hier gemeint. Also Softboxen, große Lightpanels, egal was, hauptsache große, weiche Lichtquellen. Heißt das jetzt im Umkehrschluss des hartes Licht, des kleinen Lichtquellen, wenn ihr kein Lichtformer habt, dass es automatisch kacke aussieht? Und in diesem Video will ich euch drei coole und vor allem mega einfach nachzumachende Licht-Setups zeigen, für die ihr keine großen, sperrigen Softboxen oder irgendein Zubehör braucht und die trotzdem gut aussehen. Auf geht's! Hi, mein Name ist Andi, ich bin Filmemacher, Fotograf und heute nicht alleine. Ihr merkt wahrscheinlich auch schon, das ist jetzt nicht meine übliche Umgebung hier. Wir sind bei Teltec, die sind nur ein paar Straßen entfernt von mir. Teltec ist so der Stammhändler, wir haben quasi alles, was wir in der Agentur besitzen, über Teltec gekauft und ich habe hier meinen Rundführerschein gemacht und Workshops schon besucht und bin mit Teltec bzw. der Jessie schon seit einer Weite in Kontakt. Wir wollten mal immer irgendwas machen, das hat sich jetzt nur nicht ergeben und heute eben schon. Zum Glück. Ja, sag mal kurz, wer du bist, damit ich das jetzt hier nicht so komisch mache. Ja, also ich bin Jessie, ich arbeite bei Teltec und mache dort die Produktvideos bzw. generell die ganzen Infovideos bei uns auf dem YouTube-Kanal, also schaut da gerne mal vorbei. Macht das gerne mal, genau. Und im heutigen Video geht es um Licht, um hartes Licht, wie gesagt, so ein bisschen als Kontrast dazu, wie heutzutage eigentlich immer geleuchtet wird, weil hartes Licht ist eigentlich so der Ursprung der Film- und Fotobeleuchtung und naja, seit es halt jetzt so die ganzen Lampen mit Bounce-Mount gibt, kann jeder Softbox nutzen. Ich selbst nutze es ja auch, aber ich wollte mal so ein bisschen rausfinden, wie weit kommt man denn eben ohne Lichtformer und wie sieht das Ganze aus und wofür eignet es sich vielleicht auch besser? Wir nutzen hier neue Lampen, einmal von Aputure, die LS60 und die... Amaran leuchten und zwar die 100er Serie und die 200er Serie. Genau, das sind Aputure-Lampen unter anderem Markennamen in günstiger, kann man sagen. Ja, genau, also sie laufen jetzt offiziell nicht mehr unter Aputure, sondern eben die neue Amaran-Serie und die ist quasi einfach für die Content-Creator bzw. für die mit weniger Budget. Genau, für Budgetbewusstsein interessant. Genau, das Ganze könnte hoffentlich nicht zu chaotisch, aber trotzdem ein bisschen experimentell werden, weil ich habe die Lampen selbst jetzt noch überhaupt nicht benutzt vor diesem Video, also es wird auch für mich ein Hands-on im wahrsten Sinne des Wortes. Trotz allem, das hier ist kein gesponsertes Video, ich kriege auch gar nichts dafür außer einem Wasser. Ich mache das einfach, weil wir mal was machen wollten. Insofern, los geht's! Wir teilen das Ganze heute mal in zwei Teile. Im ersten Teil, das ist dieses Video, geht es jetzt wirklich um die Anwendung. Das ist ein Tutorial, ich zeige euch, was ihr mit hartem Licht machen könnt und was ihr dabei beachten müsst. Und im zweiten Teil des Double Features, das ist dann auf dem Teltag-Kanal, geht es mehr um die tatsächlichen Spezifikationen der Lampen. Ja genau, und dann nochmal die Unterschiede zu der 120er-Serie und der 300er-Serie von den Aperture Lightstorms im Vergleich dann eben zu den Amarans. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Genau, okay. Erstmal vielleicht zur offensichtlichen Frage, was ist überhaupt hartes Licht? Die Frage ist eigentlich leicht beantwortet, weil hartes Licht ist Licht, wo jetzt keine lichtverändernde Lichtform oder irgendwas vorne drauf war, eine Softbox oder diese anderen Accessoires, die es da eben gibt. Durch irgendein Diffuso durchgeschossen. Also alles, was man normalerweise verwenden würde, um Licht zu manipulieren, um es weicher zu machen oder irgendwie zu streuen und zu verändern. Ich hatte gesagt, hartes Licht ist eigentlich die Ursprungsform, wie lange Zeit immer geleuchtet wurde. Es hat den Nachteil, dass es dadurch, dass eben hartes Licht von der poetinsten Lichtquelle kommt, es einfach härter ist. Es produziert härtere Schatten. Man kann Schatten, die von einem harten Licht projiziert werden, nicht einfach so totleuchten, weil sie eben deutlich präsenter sind. Das macht vielleicht die Herausforderung ein bisschen größer, mit hartem Licht zu arbeiten, weil man genauer mit den Schatten arbeiten muss. Es ist das Spiel mit Licht und Schatten und es ist generell auch einfach ein Look, der sich für kontrastreichere Situationen eignet. Und ich glaube, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Okay, die Jessie hat jetzt gerade mal die Kamera genommen. Das macht es für mich einfacher. Hartes Licht zu kriegen, ist erstmal denkbar einfach, weil, naja, einfach eine Lampe mit Standardreflektor verwenden, das ist so die roste Form des Lichts, macht hartes Licht, wirft relativ harte Schatten entsprechend. Ja, so viel Kontrolle hat man jetzt aber nicht. Ein bisschen besser ist es dann schon, wenn man Lampen mit Flügeltoren verwendet. Auch zum Beispiel diese LS60 hat das jetzt. Sehr viele klassische Film- und Kinoscheinwerfer haben solche Flügeltore. Die gibt es auch als Zubehör zu kaufen für eigentlich alle Lampen mit so einem Bones Mount. Also könnt ihr dann bestimmt auch für das verwenden, was ihr zu Hause habt. Und der Vorteil von sowas ist eben, dass ihr nicht nur kontrollieren könnt, wo Licht hinfällt, sondern vor allem, wo Licht nicht hinfällt. Und das ist für das, was wir jetzt machen, sehr entscheidend. Okay, als allererstes richten wir jetzt mal ein ziemlich klassisches Licht ein, nämlich die Dreipunktbeleuchtung. Die kennt ihr sowieso schon, wenn ihr ein früheres Licht-Tutorial von mir geschaut habt. Aber es ist ja auch was, wo man normalerweise weiche Softboxen nutzen würde, das Ausleuchten von Personen. Das ist das, wo man eigentlich das weicheste Licht haben will. Gerade in der Zeit, wo jedes zweitklassige Interview wie ein Kinofilm ausgeleuchtet wird. Und ich will mal probieren, wie sieht das Ganze jetzt aus mit harten Lichtquellen und funktioniert es überhaupt? Ich bin auch gespannt. Ja, Spoiler vorab, es wird schon funktionieren. Die Frage ist, wie. Okay, ich habe mal ein bisschen vorgebaut. Wir haben jetzt hier die Amaran 200. Ich habe ein bisschen Angst vor der, weil die möglicherweise einfach viel zu viel Power haben wird. So, machen wir mal an. Ui. Entschuldigung. So, ich, boah krass. Wie sieht das hier aus? Das ist jetzt ein Prozent. Also das ist vielleicht auch ein bisschen das Hauptproblem, was man bei hartem Licht hat. Softboxen nehmen immer ziemlich viel Licht weg. Hartes Licht hat halt brutal viel Bums einfach. Das ist oftmals gewünscht so in Studiosituationen, wo man einfach viel Licht braucht. Aber bei der Ausleuchtung von Personen, was ist es hier? Okay, wir haben jetzt zwei Lampen auf einem Prozent. Entschuldige, ich bin in deinem Licht. Ich finde, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Man merkt halt jetzt total die Probleme mit den Schatten, weil du Brillenträgerin bist. Das könnte man vielleicht ein bisschen variieren. Ich stelle jetzt mal eine Lampe weiter näher an die Kamera dran, dass der Winkel ein bisschen weniger steil wird. Aber man sieht halt, dass es ein deutliches Problem ist, für Brillenträger mit so fokussiertem Licht zu arbeiten. Setz die Brille doch gerade mal ab. Dann ist es nicht mehr da. Ich würde es bevorzugen, es eher ein bisschen am Rand zu haben. Ich mache gerade mal hinten noch ein Kantenlicht an. So, das ist auch viel zu hell. Das ist wirklich ein Thema. Eine Softbox nimmt je nach Tuch locker eine Blendenstufe weg, also halbiert ungefähr die Lichtmenge, die rauskommt. Das ist halt schon gewichtig. Ich finde, ehrlich gesagt, ich mogel mich hier mal vorbei, ich finde, das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Das sieht jetzt auch nicht hart aus. Ich weiß nicht, wie viel Schminke du heute aufgetragen hast. Aber ich finde, es sieht eigentlich schon ganz gut aus. Tatsächlich ist es aber wirklich ein Thema für Brillenträger. Und mir würde jetzt spontan auch keine Möglichkeit einfallen, außer irgendwie den Winkel des Lichts möglichst eng ranzubringen oder sehr weit hoch, wie es halt in Studios ist. Oder nochmal mit einer zusätzlichen Licht. Oder halt noch weitere Lichter, genau. Das hat man ja auch in Fernsehstudios, hängen ja super viele Lampen deswegen vor allem an der Decke, damit aus allen möglichen Blickwinkeln die Schatten halt weggeleuchtet werden. Das würde jetzt halt ein bisschen den Zweck, es einfach zu machen, ad absurdum führen. Aber man sieht ja, ohne Brille hat kein Problem. Mit Brille, hartes Licht, vielleicht nicht das beste Mittel der Wahl. Okay, das sah jetzt eben schon gar nicht so schlecht aus. Bisschen Standard halt, weil Dreipunktbeleuchtung sehr Standard ist. Deswegen würde ich jetzt im zweiten Teil erstmal gucken wollen, wie es sich verhält, wenn wir nur mit einer Lichtwelle arbeiten. Also mal gucken, was man einfach mit einem Licht machen kann und was für Kontraste man hinkriegt. Denn ich hatte ja gesagt, es ist das Spiel von Licht und Schatten. Ich habe gelernt eben, ich mache jetzt die Lampe gleich auf nur ein Prozent, weil die viel zu hell ist. Und gerade wenn ihr Fotografen seid, wenn man ein bisschen im Bereich Loki unterwegs ist, ist es halt ein Licht. Damit kommt man schon sehr weit. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen nach oben gehen würde, ich finde, es ist selbst hier noch zu hart, kriegt man halt sehr schnell einen Look hier oder so ein bisschen von vorne. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, finde ich eigentlich auch. Wo man halt gerade so, es ist halt echt, es ist ein mega hartes Spiel mit Licht und Schatten. Ich glaube, man könnte sogar weiter frontal von vorne kommen und je nachdem, was man halt anstrebt. Und ich finde halt ganz interessant, weil das hatte ich jetzt ehrlich gesagt sogar mehr befürchtet, dass die harten Schatten, die fallen, ich glaube, das ist übrigens gerade ein Rembrandt-Light, oder? Das ist genau dieses Dreieck unter deinem Auge, wie es bei einem Rembrandt-Licht ist. Ich hatte es halt deutlich schlimmer eigentlich befürchtet, jetzt auch von den Schatten, die fallen, dass sie deutlich härter fallen würden. Wie gesagt, es ist jetzt überhaupt nicht geprobt vorher. Von hinten kommt, wäre jetzt was, was man machen könnte. Super dramatisch. Tatsächlich, so etwas würde ich jetzt auch eher bei einem Mann ansetzen. Du hast nämlich jetzt einfach hier doch relativ viele Haare. Dadurch fällt das Licht nicht so ganz auf deine Gesichtskonturen. Super. Genau. Mit einem Auffäller von vorne gearbeitet zum Beispiel, kommt man jetzt schon hier echt weit. Also eine Quelle, seid da ruhig mal experimentierfreudig, damit kann man schon viel weiter kommen, als man immer so denkt. Ich finde persönlich aber richtig spannend, wird es eigentlich, wenn man da nochmal ein Gegenlichter zubringt. Ich hatte ja schon mal im allerersten Licht-Tutorial von einem Jahr gesagt, ich brauche gar nicht immer drei Lichter, aber zwei Lichter hätte ich gerne. Wenn man das jetzt mal dazu macht, hoppala, so. Gleich ein ganz anderer Look. Genau, das ist ziemlich klassisch. Es gibt, habt ihr vielleicht mal gesehen, für viele Lampen so Einsteckscheiben, die nennen sich Gobos. Das sind Dinger, die steckt ihr quasi vor die Lampe, die haben dann Schlitze und damit könnt ihr verschiedene Muster projizieren. So was haben wir jetzt gerade nicht zur Hand. Wir haben aber mal ein paar Schlitze in ein Stück Karton geschnitten. Ganz professionell. Mega professionell, wir sind ja auch bei Teltag. So, und wenn man das jetzt davor klebt und es ist tatsächlich so, es hält. Hält es? Es hält, naja, es hält mehr schlecht als recht. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ich glaube, Hauptsache es wirkt jetzt irgendwie professionell. Okay, das bringt jetzt noch keinen großen Effekt, aber ich hatte im letzten Video ja mal dieses Aerosol-Spray hier gezeigt. Hiermit, und ich glaube, jetzt fängt es an, schon sichtbar zu werden, kann man halt Lichtstrahlen sichtbar machen. Ich glaube, ich muss sie tatsächlich ein Stück weit näher bringen. Wir haben halt hier jetzt eine megagroße Halle, deswegen dauert es einen Moment, dass es sichtbar wird. Ich glaube, das könnte eine Stelle sein, wo wir jetzt gerade mal kurz was rausschneiden. Ich hoffe, ich nebel dich erst nicht ein. Ich weiß gar nicht, hätte die auch eine Nebelmaschine gehabt? Nee, leider nicht. Aber wir haben eine im Shop. Alles klar. Das hat jetzt gerade so mäßig funktioniert. Ich mache mal das Licht hier vorne aus. Okay, das ist natürlich irgendwie schon ziemlich krass. Und ich denke, jetzt könnte man es auf jeden Fall ein bisschen deutlicher sehen. Ja, das sieht ja viel besser aus. Ist aber witzig, weil mit bloßem Auge sieht man es total deutlich. Ich mache es mal tiefer und ins Bild rein. Quasi jetzt aus Frust, dass das nicht sofort so funktioniert hat, machen wir das Licht jetzt einfach mal zum Teil des Bildes. Mal gucken, wie das wird. Vielleicht ein bisschen vieles Guten jetzt. Aber jetzt sieht man, die strahlen deutlicher. Ja, ich finde, das kann man halt auch mit einer harten Lichtquelle noch am ehesten machen. Eine Softbox im Bild zu haben, ist irgendwie blöde. Aber ein paar Lichtstrahlen, Streifen, die halt wirklich so... Guck mal, das sieht doch schon ganz gut aus eigentlich. Ich finde, das hat langsam so einen Charakter. Wahrscheinlich lösen wir gleich Feueralarm aus. Oh, stimmt, wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube, das ist zu weit oben und das ist zu diffus. Aber hier kriegen wir jetzt langsam so einen Punkt, wo die Strahlen, finde ich, sichtbar werden. Da oben. Okay, das war jetzt schon ein bisschen atmosphärischer. Als drittes machen wir jetzt mal was komplett Künstlerisches, würde ich sagen. Und zwar ein Setup, was ich so ähnlich eigentlich für Fotos ganz gerne benutze. Zwei Spitzlichter von hinten kommt. Ich habe jetzt mal diese beiden Amaran-Lampen nach hinten gestellt. Ich glaube, jetzt bin ich kurz aus dem Bild raus. Wenn ich die einschalte, habe ein bisschen mehr Power drauf gegeben. Ich glaube, 10 Prozent oder so ist das jetzt. Wenn wir uns jetzt das Bild hier vorne anschauen, okay, das kommt jetzt erst mal sehr hart von hinten. Es gäbe jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum einen haben wir schon eine ganz, ganz minimale Auffällung von vorne. Einfach deswegen, weil hier gerade ein Lightpanel steht, damit ihr nicht überhaupt seht. Man könnte jetzt mit einem Reflektor das Gesicht noch ein kleines bisschen heller machen. Können wir auch mal ganz gut machen. Wir haben ja zwar hier ungefähr wahrscheinlich 100.000 Produkte in diesem Laden, aber keinen Reflektor zur Hand. Deswegen nehme ich jetzt die weiße Seite dieser Softbox, um das mal ein bisschen zu demonstrieren. Was passieren würde, wenn man jetzt, schaut mal rein, das ist weg. Und jetzt kommt so diese Auffällung rein. Damit kann man halt echt schon viel machen und es sieht ganz geil aus. Was ich aber, was mir eben als Idee kam, was ich eigentlich cooler finde, man kann das auch so ein bisschen Richtung Film Noir bringen. Und zwar sind dafür wiederum Lampen mit Flügeltoren ganz gut geeignet. Also sehr, sehr gezielt eingesetztes Licht. Bei Film Noir hat man ja häufig, also zum einen sehr krasse Kontraste, sehr krasse Konturen von hinten, wie wir es jetzt auch eingerichtet haben, aber eben auch mal so ganz gezielte Lichtsetzung oder Schattensetzung. Bekanntes Beispiel hier ist zum Beispiel eine Szene aus Harry Potter, die mir beim Weg gelaufen ist. Da steht irgendwie Lucius Malfoy im Büro von Dumbledore. Und man sieht so einen ganz dünnen Lichtstrahl nur um seine Augen. Das Gesicht ist dunkel, die Augen sind irgendwie hell. Dadurch wirkt es dann besonders intrigant oder so. Ich will dir jetzt nichts unterstellen, aber wir machen mal dasselbe. Wir können es ja mal ausprobieren, ob ich auswirken kann. Und durch diese Flügeltore mal versucht, so weit wie möglich zu schließen, um echt nur einen Schlitz an Licht hinzukriegen. Dadurch, wenn man das jetzt mal auf schwarz-weiß machen würde, ist das, glaube ich, ein Look, der ganz gut irgendwie zu Ingrid Bergmann oder irgendjemandem passen würde. Also es ist definitiv deutlich, deutlich künstlerischer, deutlich betonter. Eben Film Noir erzählt halt ganz viel, hoppala, erzählt ganz viel seiner Geschichte durch die Lichtsetzung. Und das kann man halt gerade mit so super gezielt gesetztem, harten Licht gut erreichen. Und mir gefällt es echt gut. Das waren jetzt mal drei, wie ich finde, ziemlich einfache Setups, die zeigen, wie ihr eure Lampen auf Personen loslassen könnt. Eben auch ohne allzu viel Zubehör, ohne große Lichtformer, ohne irgendwas, was halt auch einfach viel Platz wegnimmt. Auch wenn ich wahrscheinlich jetzt einmalig in der Situation bin, hier mehr Platz zu haben. Aber es ist halt auch ein anderer Look, den ihr damit erzeugen könnt. Das Wichtigste bei der Arbeit mit hartem Licht ist, auf die Schatten zu achten. Genau, was natürlich auch komplizierter macht, aber dafür hat man natürlich einen cooleren Look. Gerade wenn man das Brillenträger ist mit großem Gestell. Genau, aber dafür kannst du halt auch diese Looks erzeugen, die in der Art und Weise, wie sie deutlich kontrastreicher sind, halt einfach auch andere Situationen erzählen können. Ich finde, es macht mega viel Spaß. Würde euch empfehlen, probiert es einfach mal aus. Gerade wenn ihr euch so ein bisschen für diese ganze Low-Key-Optik interessiert, also für eher düstere, kontrastbetonte Lichtsetups. Es macht Spaß, es ist mega einfach, weil ihr braucht im Prinzip nichts, außer wahrscheinlich der einen Lampe, die ihr sowieso schon habt und könnt direkt loslegen. Und vielleicht eine zweite. Und vielleicht eine zweite oder ein bisschen Nebel oder Karton. Man kann immer irgendwo improvisieren. Wenn nicht das Video Spaß gemacht hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, wie toll ihr dieses Video fandet. Und wenn ihr mehr zum Thema Licht sehen wollt, zu diesen Lampen im Speziellen, dann klickt jetzt weiter auf den Kanal von, ich glaube da oben, von Teltec. Von uns, genau. Genau, dann macht die Jessie jetzt quasi weiter und erzählt euch über die Unterschiede zwischen denen und Aperture-Lampen und was alles so wahnsinnig toll daran ist. Ansonsten, ja, wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist das Video jetzt auch vorbei. Also insofern, ihr seid erlöst. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Ciao. Bis dahin, macht's gut.